They are angry and volatile. You are go for entry. Ja und herzlich willkommen zurück zu ReadyOrNot. Wieder bei der gleichen Mission, beim gleichen Callout. Geändert habe ich nicht wirklich was. Ich hoffe einfach mal, dass wir es vielleicht diesmal besser hinkriegen. Und möglicherweise... Wir könnten eigentlich auch mal versuchen den obersten, das oberste Stock wegzusichern. Und dann vielleicht von unten anzugreifen. Mal schauen. Da drin ist auf jeden Fall jemand. Leider muss das Game immer ein bisschen am Anfang äh... Ein bisschen das Level laden. Deswegen ruckelt es ein bisschen am Anfang. Aber es sollte ja trotzdem gehen. Roger Entry Team. Great work. Keep going. Here for Suspects. Juan's ready. Get in. Ist schon mal jemand, der sich gegeben hat? Police get your hands up. Hands on your head. Do it now. Get in the ground now. Hands up now. Drop your knees. Get down. I want to see hands. Hands up now. Hands on your head. Und jetzt auf die! Two hours down. Toils in que F**k! Ich dachte den Helfer sicher geben, aber leider nicht der Fall. Komm mal kurz her. Gut. Du auch? Kurz mal aus der Schusslinie hier nehmen. Ja ist ja gut. Nur auf die Seite. Ich würde jetzt glaube ich mal hier einen Türstuhl anbringen. Damit eben niemand von hinten kommen kann. Dann habt ihr schon. Hands on your head, move! Which is good. LFPD, don't move! Alter, was? Kontakt in town. Okay, sieht safe aus hier. Die räumen hier einfach schon mal auf. Put your hands up! Put your hands up! Hands on your head, now! Hands on your head! Police! Down on the ground! Hier auch alles safe. Kurz mal hier. Blu Team, search and secure the area. Raum durchsuchen. Wir müssen ja glaube ich irgendwas finden. Boss, Büro, Computer. Lokalisieren, Amos voll verhaften. Wie sieht der nochmal aus? Smoking. Schöne Frisur. Die zwei haben wir glaube ich jetzt schon. Die zwei haben wir glaube ich jetzt schon. Schöne Frisur. Split the stack and provide cover. Get in the place. Blue. Red. Split and cover. Acknowledge. Put your hands where I can find you. Get down! Down on your guns! Down on your guns! Younger, Younger! Bluv 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 Bluv! Ok, dann hätten wir kurz mal die Waffen sichern Ok, safe Sieht aus wie ein naja, nicht so richtiger Raum Könntest du bitte Schild einsetzen Schildern 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 Der andere hat ihn geserbt Roger Trailer inbound Jaja, der Teufel hat ihn wieder Schildern 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 Das weiß ich leider gerade nicht. Ich glaube auch nur, man kann sie switchen. Mumpet. Da leiden wir viel zu viele Leute. Go 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 go! Wo ist das? Get your hands up! Hands on your head! Do it now! Get in the ground now! Blue. Move and clear. Hands up now! Drop to your knees! Get down! Fall in. I got you. I get a ledger for fuck's sake. Moving in! Hands up above your head! Not opening here! Police get down! Keep your hands up! Hands on your head! Move! LHPD don't! Put your hands up! Put your hands up! Hands on your head now! Hands on your head! Go to hell! Police down on the ground! You're in my way sir. Use flashbangs. Flashing it. Get down! Down on your goddamn knees! Get down on your knees! Get down on your knees! Down on the ground! I'm willing to make a deal! Hands up! Cuff him! He's restrained. Put your fucking hands up! Hands up! Down on your knees! Cuff him! Get down! I want to see hands! Down on the ground! Move! Get down! Now! Police! Get down! Hands up! Drop your knees! Hands up! Do it now! Get down! Police! I've got your back! Kannst du dich bitte bewegen dahin? Move and stay there! Das ist nicht der PC von ihm, doch das ist der PC von ihm. We need to talk. Bagging it up! Okay, ihr habt hier alles. Wenn ich richtig bin. Keep your hands up! Get on the ground! Now! Money? Or the right thing? Blue team. Cover my movement. Clear. Enter and clear. Alright. Put your hands up! Provide cover. Tie them down. Okay, da geht's wieder hoch. Es sollte also theoretisch eigentlich niemand sein, ausser die Person hat uns gebacktrackt. Aber das sieht gut aus hier. Okay, ich glaube ich habe leider keine Granaten mehr. Hands up! Do it now! Da waren wir auch schon. Da geht's raus. Bar closed. Da geht's runter. Ich glaube die Tür. Man kann zwei Türen durchgehen. Da geht's da runter. Hands up! Oh shit 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 shit! Fuck! Gold Team. Die! 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 Ja nicht dahin! Ich voll Idioten! Ich habe leider keine Granaten mehr. Ähm. Tauschen mit Alpha. Es ist die Frage, kann ich ihn von aussen irgendwie äh... Blue. Element. Ich glaube das ist die Frage, kann ich ihn von aussen irgendwie... ...umbringen. Dann kann ich ihn von aussen irgendwie... Ich komme da gar nicht rein! Naja. Wir brauchen da unten auf jeden Fall eine Stingel-Gronate. Irgendjemand? Alle Teams. Ich sehe schon, ihr habt Lust dazu. Ok, wisst ihr was? Wir jammern diese zwei Türen, um den Typen da einzuspälen. Hier gehts halt auch noch nach draussen. Können wir die Tür wetschen? Äh, schliessen? Sind wir zumindest im Haus? Sicher vorerst? Da ging's nicht nach draussen? Ne. Was? Und wo? Ok, das ist der andere Spark da unten. Der ist tot. Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast, Junge. Blue Team. Maintain Cover. No contact here. No traps visible. Rock. Wir sind gut hier. Through the door and clear. 10-4. Stay with me. Stay with me. Gold. Pair, move. Provide cover on me. Covering. Get in the ground, now. Hands up, now. Drop it down, I wanna see hands. Hands up above your head. Police, get down. Keep your hands up. Hands on your head, move. Lightstick. Pair it. Gerhams clear. Stream while wild TV. Jetzt wird Teikel. Und da kommen wir. Und da kommen wir. Ich kann mit dir. Jetzt wird Teikel. Hotl, es geht. Jetzt wird Teikel. Jetzt wird Teikel. Leute, was macht ihr? Ich weiß, was wir machen. Ja, ja, ja. Wir gehen jetzt von außen lang. Wir gehen taktisch vor und säubern zuerst den Aussenbereich. Und säubern zuerst den Aussenbereich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, sonst sieht sie safe aus hier. Okay, sonst ist sie safe. Okay, sonst ist sie safe. Jetzt kommt sie auf der Bühne. Jetzt kommt sie auf der Bühne. Jetzt kommt sie auf der Bühne. Kann jemand von drinnen uns wegschießen? Und ich würde es wahrscheinlich nicht sehen. Und jetzt kommt ihr! Put your fucking hands up! Hands up! Down on your knees! Blue. Split and provide cover on the door. Maintain cover. no contacts. Okay, links sind Stimmen. Männliche Stimmen und weibliche Stimmen unten. Geradeaus glaube ich auch. Schade. Nein! Komm hoch. Können wir die Tür schließen? Können wir die Tür schließen? Wahrscheinlich nicht, nein. Das war heikel, weil die eigentlich kein Schild hat. Nein, warte. Gut. Hey, du bist blau, oder? Ja, blau. Kann ich dem nicht sagen, dass er mir einfach... Ah, ja, ja. Hands up! Hands up, now! Hands up, above your head! Down on your knees! Provide Cover. On the way. Watch the threshold. Police! Get your hands up! Hands on your head! Do it now! Get in the ground, now! Hands up now! Drop to your knees! Get down, I wanna see hands! Hands up above your head! Police! Get down! Get down on your knees! Get down! Get down on your knees! Get down! Get down on your knees! Get down on your knees! The suspect is down, the three... This is dark! Roger that! Medical assistance is standing by! Down on the ground, now! Ich frage es nachdem, sind das Leute, die wir schon haben, oder nicht? Ich hätte jetzt eigentlich sagen sollen, dass die... Gehe! 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 Ich will die Hand auf dem Boden! Gehe! 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 Junge Junge Ja egal Spakter hat wieder rum Junge Junge Hat keine Muni mehr Das bringt mir immer ein bisschen Schwierigkeiten Okay ihn habt hier Blu-team Enter the room and clear Hands up, now Hands up, above your head Down on your knees Police, get your hands up Hands on your head, do it now Get in the ground now Drop to your knees Get down, I wanna see hands Use the mirror, check for targets Was? All teams Wand it Roger On me, form a diamond pattern Hands up, above your head Drop your gun Use the wand, check for targets Police, get down Irgendwo ist auf jeden Fall noch jemand Wahrscheinlich da drin Ja ist ja gut mit dem Scheiß wieder hinter mir Schliessen mal die Tür Okay, bloß I'm bad Okay bloß Open and clear with flashbang After that Gonna bang him Ah fuck Hands on your head, move LHPD, don't move I'm not going down I'm not going down Nothing here sir Damn light out Put your hands up I'm not throwing everything I have away Hands on your head, now Fucking chance Okay, keine Ahnung wer da spricht Hands on your head Police, down on the ground Get down Das ist hier Get down Das ist noch von der Tür Schliess dich mal Vorsichtshalber Okay, hier ist drin ist glaube ich der andere Der ist hinter der Tür gewesen Vollidiot Gar nicht gemerkt Okay Okay Zimmelwell hat echt schlau die Leute So die KI hier Und hier geht es glaube ich wieder hoch Ja, hier war das Alright, dann haben wir hier alles Heisst Ähm Diamant Das heisst wir müssen Eigentlich jetzt nur noch da runter Bringen sie auch noch in den Chaos Reden sie alle Zivilisten Aber nimm die Diamantenform bitte Jetzt gehen wir am besten hier raus Dann haben wir gleich gute Sicht Und Threshold da drüben Hands up, down on your knees Get down, I want to see hands Good smack check, okay Good smack check, okay Son of a Dynamic movement, clear with steam Roger Deploy shield Hä, warum sind die nur drei Leute? Das ist doof Entschuldigung Down on the ground, move Top reporting Police Roger that Medical assistants are standing by Hands up, drop your knees If I go in, everything is over That is secure Back up right side Get into position Open the door and flash it Affirmative Number seven gab Jawohl Never Cut your hands up Nous We call vien Down Boom Blue Hä, was ist mit dem roten Team? Ich kann das rote Team nicht mehr auswählen. Naja. Naja. Hände hoch, jetzt auf das. Denaczy nicht mehr. Hände hoch, doch auf die Hände hoch. Ich hab keine Cups. Hände hoch, es gibt Nothing Good To Go. Hände hoch, сюда auf die Hände hoch. Hände hoch, es ist es nicht safe. LSD, nicht mehr weg. Atme. Hände hoch. Hände hoch, jetzt auf die Hände hoch. Hände hoch auf die Hände hoch. Hände hoch. Wischen hoch. Wischen hoch auf die Goddenseuehe. Now get down on your knees Down on the ground now move in clear the room good police hands up Let me see those hands put your fucking hands up Hands up scouting your knees deploying chemlight Get down I want to see Please get down all right now fucking hands up drop your knees Move in clear the room in position Move 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 Let's go Was haben die hier bloß gemacht? Let's clear over here boss Hands up do it now What the fuck I got tables from death Alter Was You're my way sir Verbotene Bilder von Minderjährigen Gar nicht gut Search the room for contacts Search them secure Roger 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 Start a search 10-4 Alter What the fuck daddy good little princess so pure virgin soft innocent pure sweet suit Alter Es ist einfach nur hässlich Boah Did you go? Element to talk Alter Hey, wo hat denn der jetzt noch einen Zivilisten gefunden? Copy Move on So Oben war wahrscheinlich niemand Jemand nicht Gemeldet Ja, könnte gut sein 6 Move Beginn & search Secure any contacts Canon, wo seine Buffer ist Blue team Secure the area Die Vorher Das Beispiel Hier Ich möchte noch kurz schauen, wo es hier hingeht. Ah, das ist das Tor. Okay. Dann haben wir, glaube ich, hier alles wirklich. Also wahrscheinlich haben wir schon ein paar Sachen vergessen. So, diese softe... Objects. Aber das ist echt schwierig, diese zu finden. Können wir höchstens nochmal im Haus schauen, ob wir da irgendwas finden. Was vielleicht wichtig sein könnte... Wenn es hier drin war, nichts. Nee. Nee. Solange sie nichts finden, ist ja eigentlich gut. Vielleicht nochmal in den Büros hier schauen oder in den Räumen. Ah, dort, Schämmt. Und bei ihm... Bei Reddy. Aber er hat ja hier nur den Laptop gehabt. Ah, nee. Ich glaube, wir haben es. The Exploited. Complete the spider valley of the dolls. Und so weiter. Eben doch, Soft Objects gäbe es noch eins. Shit. Unautorized use of force. Unautorized use of deadly force. Okay. Gestresst, ängstlich, ängstlich. Naja. Aber lief ja trotzdem eigentlich gut. Hm. All right. Officer Wong hat die Errungenschaft Kieke fraggeschaltet. Ähm, wir könnten ganz kurz in den Evidence Locker und schauen, was da mit diesen Fotos ist. Was will die denn finden? Nope. Nope. Auch nicht, auch nicht. Mindshot. Und... Ähm... Da hinten. Dahinter geht es weiter. Steuerprüfung. Hm. Und der Leptor müsste ja theoretisch auch hier sein. Ist die Statue. Oder nicht. Weird. Produktmuster. Nachrichten austausch. Hm. Keine Ahnung, wo die Sachen sind. Weird. Oder sind die vielleicht im Detective Bureau? Aufgehängt. Listening Room. Der ist aber auch neu, dass es offen ist, oder nicht? Detective Bureau. Habt ihr hier irgendwo die Fotos aufgehängt? Die wir gerade gefunden haben. Die wir gerade gefunden haben. Ja. Da ist zumindest eins. Unten rechts. Habt ihr auch den Laptop hier nicht, oder? Schade, hätte mich jetzt interessiert, ob da irgendwie was Spannendes gestanden hätte. Aber gut. Training Facility. Shooting Range. Dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge von Ready or Not. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, are you ready?